Hi Friends, wir sind in Erfurt, das ist deine Kart-Halle, das ist Phoebe und das ist eigentlich wie deine zweite Heimat hier. Kann man sagen, ja? Ich liebe sehr, sehr stark Go-Kart-Fahren hier. Alter, wie schön das! Top drei Worte, die dir einfallen, wenn ich Kart-Fahren sage? Schnell, Spaß und Aua. Schnell, Spaß und Aua? Kriegt immer blaue Flecke. Ja, wenn du gegen die Bande fährst, gell? Ja. Weißt du, ich füge noch ein Wort hinzu und nämlich Hande. Warum? Weil du heute bei deiner Challenge richtig ablosen wirst, wenn du versuchst, dir dein extra Leben für die Ansage zu holen. Deine Challenge ist es heute, innerhalb von acht Minuten zehn Runden hier auf diesen Kurs zu drehen. Was ist normalerweise deine Zeit, die du hier fährst? Oh, ich habe sogar einen Go-Kart-Führerschein gemacht. Go-Kart-Führerschein? Ja, dass ich einen 9 PS Go-Kart fahren darf. Also die ist jetzt, glaube ich, sechseinhalb und da war, glaube ich, meine Bestzeit um die 37 Sekunden. Heute wird es aber gar nicht mal so einfach, denn vor dir wird ein Affe fahren, der versucht, dich auf diesen ganzen Kurs auszubremsen. Ein Affe. Ein Affe? Ein richtiger Affe. So ein richtiger Affe. Wie du ihn dir vorschläppst. Ja, ich mag Tiere also. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Das ist ja perfekt. Hast du selber Tiere? Ja, ich habe einen Hund und eine Katze bei mir zu Hause. Und die vertragen sich beide? Oh, das ist ja wild. Das ist richtig cool. So, aber jetzt genug gequatscht. Da stehen unsere Karts. Äh, ich mache mich bereit und dann drehen wir hier mal ein paar Runden. Okay, let's go. Warum habe ich jetzt so gesagt? Bist du bereit? Ja. Bibi, jetzt geht es ums Extraleben. Okay. Der brimmt nicht jetzt, oder? Nee, 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 nee! Die Kür HAVE ICHT! Das ist unmöglich! Geh weg! Meine Banane! Ich hab meine Banane verloren! Meine Banane! Oh, jetzt wieder! Die schiebt mich an! Meine Innenseite! Fahr! Verdammt, das muss ich überholen! Was ist das denn? Okay, Fokus! Da ist meine Banane! Der hat gar keine Chance! Alter! Oh mein Gott! Wir sind aggressiv! Gib den Mann die Banane! Gewinn, Schatten! Jetzt hole ich sie wieder! Ah! Das ist eine Portage! Nein! 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 Ah! Ah! Das ist eine Banane! In den Rang stecken! Ah! Ja! 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 Nein, du schiebst mich an! Nein! 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 Oh mein Gott! Der hat so einen Vorsprung! Da kommen die Räder! wieder! Der hat so einen Vorsprung! Unah! Wider mich auch! Bremst du! Mann! Gewicht! Nein! Ne! Nein! 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 Ich bin nicht fertig. Bitte! Nein! Alter, die Ferse! Nein, die Ferse! Nein! Töch ab! Boah, ausgebremst! Jawoll! Wir haben noch nicht letzte Runde. Oh, das war ein harter Hüt. Nein! Oh, die Runde! Oh, mein Gott! Mein Gott! Oh, nein! Letzte Runde! Ich muss zu Gas geben! Nein! Durch! Baby! Guckt's euch an, dann häng ich ab! Du hast riskiert! Ah! Ah! Gott, Gott! Nein! Fertig! Ey, 7 Minuten 54. Komplett lucky. 6 Sekunden länger. Und du hättest diese Challenge nicht geschafft. Sag, glaube ich, ich bin ein Profi. Was willst du machen? Aber mit dem Sieg dieser Challenge hast du dir für die Ansage später ein Extra-Leben erspielt. Dieses Extra-Leben, das habe ich hier. Das ist für mich ein extra Versuch, den du später bei deiner Ansage zu Hause haben wirst. Und was das sein wird, das sehen wir dann später. Bin gespannt! Du bist gespannt! Und ihr solltet auf jeden Fall den Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und lasst ein Like da! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Das ist das ja, ich bin kurz auf! Bis bald! Abonnieren, bis bald! Abonnieren! Bis bald! Abonnieren!